Willkommen zur nächsten Champion Daten Review, in der wir endlich einen Blick auf den Scorpion Exo 1400 Air werfen werden. Dies ist der Top Sport Touring Helm von Scorpion und wir werden die Frage beantworten, wie verhält er sich auf der Straße? Nun, wir haben unseren Testfahrer auf die Reise geschickt, die Leistung des Scorpion gemessen und er kam mit vielen interessanten Daten zurück. Also bleibt dran, um die Ergebnisse zu erfahren. Sebastian von Champion Helmezieher und der Scorpion Exo 1400 Air ist der Top Sport Touring Helm von Scorpion. Der 1400 Air bietet eine große Auswahl an Optionen, von Kohlefaser bis hin zu Glasfaser Außenschalen und hebt sich damit definitiv von seinen teureren Konkurrenten ab. Er erfüllt nicht nur alle Standard Sport Touring Kriterien, wie zum Beispiel eine herunterklappbare Sonnenblende, sondern verfügt auch über das AirFit System von Scorpion, mit dem ihr die Passform ideal an die Wangen anpassen könnt. Mit einem empfohlenen Verkaufspreis von etwa 300 Euro oder 360 US-Dollarn konkurriert der Helm mit dem Nolan N87 Plus, HJC F70, Icon Airflight, Bell Qualifier DLX und dem Shark Squall 2.2. Vergesst nicht, unseren YouTube-Kanal zu besuchen und zu abonnieren, um über unsere neuesten Champion Daten-Reviews und Straßentests auf dem Laufenden zu bleiben, bei denen wir Helme auf der Straße testen, ihre Leistung messen und euch die Fakten liefern. Der EXO 1400R besteht aus Scorpions TCT-Glasfaserkomposit in insgesamt drei Außenschalengrößen, was schon mal sehr erfreulich ist. Die Schalengrößenverteilung bedeutet, dass die erste Größe XS bis M abdeckt, die nächste ist L und die letzte XL bis XXL. Außerdem gibt es den Helm auch in einer Kohlefaservariante mit den gleichen Größen. Der Helm wird mit einem Doppel-D-Ring Kinnriemen geschlossen und hat eine mittlere ovale Passform. Was die Sicherheit betrifft, so wurde er von Sharp getestet und erhielt 4 von 5 Sternen, was ein solides Ergebnis ist. Auch was das Gewicht angeht, schneidet der Scorpion-Helm sehr gut ab. Denn er wiegt nur 1450 Gramm, was hervorragend ist und die Carbon-Version ist mit 1280 Gramm sogar noch leichter, was etwas mehr als 100 Gramm ausmacht, was wirklich toll ist. Im Vergleich zur Konkurrenz haben wir es also mit einem Helm zu tun, der um einiges leichter ist als der Nolan N87 Plus und der Shark Squall 2.2. Und er schlägt sogar einige Premium-Konkurrenten wie den Shui GT-R2, der 30 Gramm schwerer ist, und den Bellstar DLX MIPS, der 70 Gramm schwerer ist. Das sind schon sehr interessante Ergebnisse, aber wir müssen unsere Hoffnung noch etwas zügeln, bis wir sehen, wie er sich auf der Straße schlägt. Als nächstes kommen wir zum Visier, was ein fantastisches Sichtfeld bietet und für Pinlock vorbereitet ist. Und eine Maxvision-Scheibe liegt bei. Die Kohlefaser-Version des Helms verfügt über ein dunkles Rauchvisier, genau wie die Scorpion R1R-Rennhelme. Beide Versionen verfügen jedoch über eine integrierte Sonnenblende, die über einen Schieber an der Seite des Helms bedient wird. Das Abnehmen des Visiers ist sehr einfach, da man es nur in die vollständig geöffnete Position bringen und die Entriegelungshebel auf beiden Seiten nach unten ziehen muss. Um es wieder anzubringen, muss man es nur mit der Schiene ausrichten und wieder einrasten lassen. Was den Komfort angeht, so bietet der 1400R das Beste, was Scorpion mit seinem Quick-Wick 3 Innenfutter zu bieten hat. Das bedeutet, dass das Innenfutter herausnehmbar, waschbar, feuchtigkeitstransportierend und antibakteriell ist. Eine der einzigartigen Eigenschaften des 1400R ist, dass er auch das Scorpion AirFit System beinhaltet. Das bedeutet, dass man Luft in einer Reihe von Blasen auf beiden Seiten pumpen kann, um den Helm wieder fester zu machen, wenn er nicht ganz fest sitzt. Um die Innenausstattung zu entfernen, müsst ihr zunächst die Wangenpolster mit einem Satzdruckknöpfe auf beiden Seiten herausnehmen. Sobald diese entfernt sind, findet ihr auf beiden Seiten eine Reihe von Geräuschisolatoren, die die Lautsprechertaschen ausfüllen. Wenn ihr den oberen Teil des Innenfutters abnehmen möchtet, findet ihr auf der Rückseite Druckknöpfe. Das Innenfutter ist bequem und plüschig und deckt das Wesentliche ab. Im Inneren verfügt der Helm über eine Reihe von EPS-Kanälen, um die Luftzirkulation zu fördern und es gibt auch Lautsprechertaschen für das System eurer Wahl, das ihr in unseren Helmbundle-Angeboten zu einem günstigen Preis erwerben könnt. An der Innenseite des Kinnbügels befindet sich eine rote Pumpe, mit der ihr die Blasen auf beiden Seiten aufblasen könnt. Eine clevere und effektive Lösung für das Anpassungsproblem. Schließlich kommen wir zu den Belüftungsöffnungen des Helms. Am Kinn befindet sich ein verstellbarer Einlass mit mehreren Positionen, während an der Stirn ein einzelnes, großes Schaufelventil angebracht ist. Im hinteren Bereich, an der stilisierten Stelle, haben wir außerdem einen Satz von drei Auslässen, die um den Spoiler herum angeordnet sind. Wir kommen jetzt zum interessantesten Teil unseres Tests, indem wir den Helm unserem Fahrer geben, ihn mit unseren Messinstrumenten ausstatten und ihn auf die Straße schicken. Zu Beginn unseres Champion Straßentests noch einmal eine kurze Erinnerung an unseren Aufbau. Links befindet sich ein weißer Monitor, der die Temperatur des Helms in Grad Celsius anzeigt, die von einem Thermometer zwischen dem Innenfutter und dem EPS gemessen wird. In der Mitte befindet sich ein Dezibelmesser, der den Geräuschpegel des Helms mit Hilfe eines Mikrofons anzeigt, das in der Nähe des Ohrs des Fahrers angebracht ist. Auf der rechten Seite schließlich befindet sich ein Handy, das die Tagesgeschwindigkeit auf dem Helm anzeigt, die von einem am Motorrad montierten Windmesser gemessen wird. Wir haben unseren Test bei 130 kmh oder 80 Meilen pro Stunde auf langen Autobahnabschnitten durchgeführt und dabei Durchschnittswerte ermittelt. Während des Tests lag die Außentemperatur bei etwa 16 Grad Celsius oder 61 Grad Fahrenheit, während die Innentemperatur des 1400 Air tatsächlich die gleiche war. Sie betrug also ebenfalls 16 Grad Celsius, was tatsächlich beeindruckend war. Das bedeutet, dass er fast alle unsere Mitbewerber aus der Mittelklasse schlägt, da der Airflight, der F70, der N87 Plus und der Squall 2.2 alle ein Grad wärmer waren als die Außentemperatur. Wenn wir unsere Premium-Konkurrenten betrachten, schlägt der Scorpion tatsächlich einige von ihnen, da er mit dem HJC RPHA 70 Carbon gleichzieht, aber der Bellstar DLX geht immer noch als bester belüfteter Sport-Touring-Helm hervor. Was die Geräuschentwicklung anbelangt, so waren wir auch vom Scorpion sehr beeindruckt, da er die 100-Dezibel-Marke erreichte und damit den Icon, den Shark, den Nolan und den HJC F70 mit einem komfortablen Vorsprung übertraf. Allerdings muss an dieser Stelle erwähnt werden, dass der HJC i70 mit einem Ergebnis von 99 Dezibel immer noch den Spitzenplatz bei den Einsteigerhelmen einnimmt und sowohl der Shui GTR 2 als auch der HJC RPHA 70 Carbon mit 97 Dezibel den Titel des leisesten Sport-Touring-Helms halten. Während unseres Tests empfand unser Fahrer den Helm als durchschnittlich. Der Helm war nicht unbequem, aber er bot nicht das gleiche Niveau an Funktionen, wie wir es von einem Premium-Helm erwarten würden. In Anbetracht des Preises des Helms ist dies jedoch gerechtfertigt und er ist immer noch ein großartiger Einstiegs- bis Mittelklasse-Helm, da sich das Innenfutter gut auf der Haut anfühlt. Bevor wir zu unserer endgültigen Bewertung kommen, noch ein kurzes Wort zu den Eigenschaften des Helms. Im Großen und Ganzen schneidet er in dieser Kategorie recht gut ab, da er die Basics für Tourenhelme mitbringt, das heißt Lautsprechertaschen, Wangenpolster mit Schnellverschluss und eine brillenfreundliche Passform. Die Verarbeitung ist von angemessener Qualität, aber das AirFit-System bedeutet, dass er mit seinem Futter eine ganze Reihe von Anpassungsmöglichkeiten bietet. Nachdem wir nun alle Daten gesammelt haben, wollen wir sehen, wie viele Sterne der Helm verdient hat. Da das Skorpion in drei Schalengrößen mit einer Glasfaser-Außenschale erhältlich ist, erhält er 3,5 Sterne. Bei einem Gewicht von 1450 Gramm verdient er sich auch ordentliche 4 Sterne. Da das Visier mit der Pinlock-Scheibe geliefert wird, verdient der Helm 4 Sterne, während das 100 Dezibel-Ergebnis ihm weitere 4 Sterne einbringt. Für die Belüftung ohne Temperaturunterschied zu außen verdient der EXO 1400R 4 Sterne. Was den Komfort betrifft, da das Futter spärlicher ist, verdient er 3 Sterne. Für die Ausstattung schließlich, da sich der Helm hauptsächlich auf das Wesentliche konzentriert, erhielt er 2 Sterne. Insgesamt bedeutet dies, dass er bei 12 Euro pro Stern durchschnittlich 3,5 Sterne erhält, was ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis darstellt und zeigt, dass er eine gute Option für Fahranfänger ist. Aber wir müssen noch betrachten, wie er im Vergleich zu anderen Sport-Touring-Konkurrenten abschneidet. Um den Helm ins rechte Licht zu rücken und ihm unsere endgültige Champion-Helmets-Bewertung zu geben, haben wir den EXO 1400R mit dem Rest seiner Sport-Touring-Konkurrenten auf der Grundlage ihrer durchschnittlichen Sterne und ihres Preis-Leistungs-Verhältnisses verglichen und eingestuft. Nach der Einstufung haben wir einen zusätzlichen Preis-Qualitäts-Bonus auf der Grundlage unserer Formel vergeben. Der Skorpion hat es geschafft, den sechsten Platz zu erreichen, was hervorragend ist und ihm einen Bonus von 2,2 einbrachte. Das bedeutet, dass der Helm in der Endbewertung auf 6,7 kommt, was immer noch ein sehr gutes Ergebnis ist. Das bedeutet, dass er die meisten seiner preislichen Konkurrenten übertrifft und in die Nähe des Shark Spartan GT Carbon kommt, auch wenn er ihn nicht ganz schlagen kann. Aber es ist trotzdem ein sehr interessantes Ergebnis. Mit den gesammelten Daten und den vergebenen Punkten haben wir ein sehr faszinierendes Ergebnis für den Skorpion EXO 1400R. Der Helm bietet eine Reihe starker Einstiegsfunktionen und ist gleichzeitig in der Lage, Leistung und die Grundlagen des Tourenfahrens zu liefern. Wenn euch das Video gefallen hat, solltet ihr euch für weitere Champion Data Reviews und Straßentests wie diesen anmelden und uns eure Meinung in den Kommentaren unten mitteilen. Vergesst nicht, dass wir auch verschiedene Bundle-Angebote mit dem Helm mit zusätzlichen Visieren oder Kommunikationssystemen anbieten. Ich bin Sebastian von Champion Helmets und wir sehen uns beim nächsten Mal.